ja hallo leute hier wieder euer toso mit let's play skyrim die unendliche und wir machen hier wieder ein in between video eine kurze statusmeldung was inzwischen alles geschah nämlich nicht so wenig kurzerhand wir haben einfach die ganzen dungeons also die kriegsschauplätze die wir hatten geplündert düsterwald staubmannsgrab dann waren wir noch kalten felsen und hier bei den waldheimer türmen die haben wir dann zu geld gemacht hier in weißlauf und dann ging es ja auch schon los wir haben da verkauft und gekauft entzaubert und verzaubert und tod und teufel wir haben gelevelt das zaubern und das pferd sauber entschuldigung ja und ich zeige euch gleich mal bekleidung den ring der aufladung den wollte ich unbedingt haben habe ich gekauft dass die atem der höchsten magiker habe ich auch gekauft waren fehler aber kommt gut ich habe gedacht wir haben den grundzauber noch nicht entzaubert aber das war auch nicht so dann haben wir natürlich ja alles mögliche hier gebaut und veredelt und mit einfachen ja verzauberungen belegt nämlich ich habe gedacht wir sind ja gerade bei den wölfen zu hause und ja wir nehmen da einfach die wolfsrüstung her und probieren da einiges veredelt und verzaubert und wir hatten ja mit den mitteln die ich hatte nicht viele möglichkeiten da gibt es ja auch nicht so große ja zwei punkte steigert magiker ein prozent ja mehr schaden zehn prozent das ist ganz normal ja das haben wir bei der wolfsrüstung und die wolfs stiefel sieben prozent höheren schaden mehr kriege ich bei dieser stufe nicht zusammen die ich da beim pferd saubern haben aber wir haben ja dann noch was anderes gefunden nämlich stahlplatten stiefel ja die sind ja schon viel besser rüstung 36 ich wollte euch nur kurz einmal zeigen wie das ausschaut mit der ganzen wolfsrüstung unsere tosita ist zwar vielleicht ein bisschen ein ungutes licht hier aber wir werden uns die mal anschauen ja der wolfshelm kommt ja extrem cool finde ich und die rüstung selbst ist auch nicht so schlecht ja die wolfsrüstung ja die armschienen sind besonders cool aber dann wie gesagt haben wir noch andere begleitungsstücke gefunden die stahlplatten stiefel ja das war ein fund dort in der nähe von einem riesenlager ja und die haben wir natürlich auch auf episch verbessert und dann mit besseren sprüchen belegt die siebenprozentige schadenserhöhung jahr bei weithändigen angriffen die bleibt leider aber die magiker ist schon um elf punkte höher und der helm die regenerationsrate 22 prozent das ist cool und drin der aufladung ja wir ziehen das an weil wir haben da einen perk auch gesetzt also einen punkt wenn wir alles schwere rüstung tragen dann kriegen wir 25 prozent rüstungsbonus und wir werden das gleich mal anziehen so dann sind die wölfe einmal vorne weg ja und dann schauen wir uns das an die ist ja auch nicht so schlecht finde ich ja mit dem schild und so kommt ja schon einigermaßen martialisch rüber und warum ich das ganze getan habe ja weil wir mit dem zur zerstörung zaubern nicht unbedingt so die senioristische klarer meisterleistung hinlegen das kommt ein wenig fahr drüber und ich habe mir gedacht wir machen da jetzt ein wenig auf nahkampf und so ja der nächste punkt was haben wir verkauft und dann waren wir noch jagen wir haben natürlich seelen gestohlen und ich kann euch sagen ich habe drei mammuts einen selben sandiger drei schlammkrabben einen bären und einen riesen getötet wobei bei den mammuts ich die säle nicht klauen konnte aber bei allen anderen ging das einigermaßen recht gut und dann gingen wir noch weiter aber zuerst noch die rüstung von unserem feendal müssen wir anschauen das gilt ja auch wieder als neuwertig der glänzt ja und so können wir ihn besser von den gegnern unterscheiden denke ich mal wir schauen mal an was der alles hat und der ist glaube ich schon besser gerüstet als wir unser feendal ja was hatten der da jetzt für waffen der hat den stahl kriegshammer verfeinert und verzaubert 26 punkte ausdauerschaden und 41 schadenspunkte erlesen ja das konnte cool denn vulkan glas streiten exquisit leute verursacht 26 punkte ausdauerschaden und hat einen schaden von 36 für eine einhandwaffe ja kommt das ja auch recht gut ich bin ja da nicht unbedingt geizig was das angeht dann habe ich noch einen elfenbogen verbessert mit 17 punkten frost und gesundheitsschaden aus und ausdauerschaden 24 hat der schaden ja elfenbogen erlesen die spitzhage ist einfach zweck zum mittel weil wir haben ja hin und wieder was zum ausgraben dann zwergen pfeile 14 schaden orkische pfeile 12 schaden stahl hat einfach nur das reserve nordpfeile und die eisenpfeile auch nur aber der hat einen guten bogen und arbeitet sehr aus der distanz dann habe ich ihm eine alte rüstung gegeben die vergoldete elfenrüstung erlesen er braucht er zwar die zusatzdinger dann nicht aber rüstung 80 kommt ja auch schon gut dann meinen alten helmen hat er bekommen ja steigert magik um 32 braucht er auch nicht rüstung 42 dann ist er schon mal gut gut gerüstet elfenschild hat er mit 39 jahre ist auch erlesen hatte ich keinen monstein mehr zum verbessern steigert die gesundheit um elf punkte also hat er dann schild mit 50 jahre 11 panzerhandschuhe erlesen 24 beidhändige angriffe ja das war nur weil ich einen winzigen seelenstein mehr hatte dann habe ich ihm das amulett von günaret gegeben steigert die ausdauer um zehn punkte kann er ja auch brauchen den golden ring hat einfach so weil er eitel ist und die wolf stiefel die haben auch einen guten rüstungswert hatte ich auch nicht mehr die zeit das zu verzaubern gut so wir schauen uns unseren elfen mal an ihr geht vor ich folge kommst du ein wenig ins licht alter junge ja da ist das auch nicht sonderlich gut sie mich an ja egal ok unser elf ja schaut er schon aus wie ein kämpfer hat aber nur zwei schwere rüstungsgegenstände so viel ich weiß das ist der helmen und die schuhe ansonsten ja müsste es cool rüberkommen gut so wo waren wir jetzt stehen geblieben wir haben dann entzaubert fährt zaubert das schmieden haben wir natürlich verbessert dadurch und schwere rüstung für feendal dann sind wir noch jahre angegangen und in der in der zuversicht dass wir unsere zerstörungstauber etwas leveln können aber das ist extrem schwer das habe ich mit den mammuts versucht und das geht eigentlich nicht sehr gut ich werde jetzt wahrscheinlich auch umstehen wie gesagt eher mehr auf aggressive kampf nahkampf szenen wenn das geht ich werde wahrscheinlich da ewig stehen ist egal aber wir haben da alles gelevelt was was nur gegangen ist und jetzt wird ihr und mein spielerherz ja die hände über den kopf zusammenschlagen wenn ich euch zeige was da jetzt passiert ist wir sind glaube ich ja bei der stufe 22 ausgestiegen oder 23 und sind jetzt bei stufe 36 de facto heißt es dass wir ab stufe 30 glaube ich auf jede art von gegner stoßen können das wird echt hart die zerstörung konnte ich nur leveln auf 47 wollte sie unbedingt auf 50 leveln aber das war mir dann zu blöd flammen mehr ein feuerschaden fliegt dabei feuerschaden fliegt das ziel wenn seine gesundheit sehr niedrig ist das wäre vielleicht interessant gewesen den habe ich mir nicht genommen weil ich den bis jetzt noch nicht brauchte und irgendwie komme ich mit dem zerstörungszauber auch nicht klar weil eben das so fad ist durch die gegend rennen und jeden niederbrennen die wieder herstellung habe ich ein wenig gelevelt ja musste auch sein weil wir trainiert haben mit unseren adronach der hat uns immer schön feuer gegeben und wir mussten uns heilen wir haben da die doppelte wieder herstellung nicht genommen aber die erholung magiker regeneriert sich 25 prozent schneller und bei 60 geht das schon um 50 prozent nehme ich an und dann heilsauber heilen 50 prozent mehr also haben wir sind 25 prozent jetzt schon 50 gemacht und die erfrischung habe ich dazu genommen heilsauber stellen auch ausdauer wieder her ja weil ich gedacht habe wir machen jetzt ein bisschen auf schwertkampf und so weiter verzaubern ist dann nichts geschehen außer dass ich da ein perk gesetzt habe dass die verzauberungen etwas wirkungsvoller werden als nächstes hätte ich ja gern diesen hier fertigkeitsverzauberung von rüstungen sind 25 prozent wirkungsvoller so die idee verzauberung stehen wir bei 55 und ich habe noch keine ahnung wie ich da einfach schneller lernen kann das geht nicht ich muss einfach schmieden entzaubern verzaubern und so weiter schmiede kunst sind wir bei 62 da wird sich nicht viel ändern die schwere rüstung konnten wir ein wenig leveln weil ja wir da übungskämpfe gemacht haben wir sind damit den adronachen einfach in der staubmannsgrab haben sie eingeschlossen und dort habe ich sie dann dauernd verhauen genau so ist das gelaufen und ging recht schnell ja und zweihändig haben wir daher ja einen ersten perk gesetzt ja zwei handwaffen bewirken 20 prozent mehr schaden zweihändig 40 erfordert ja die kriegerhaltung haben wir 40 40 25 prozent weniger ausdauer ja haben wir jetzt da einen ja wir haben da schon einen einhändig haben wir dann auch noch ja gelevelt also zweihändig auf 40 einhändig genauso auf 40 um eben einhandwaffen besser zu machen wir haben da jetzt zweimal geparkt das heißt 40 prozent mehr schaden haben wir schon das nächste ist 80 prozent 60 prozent ja und die kampf haben haltung 25 prozent weniger ausdauer kommt auch gut und hier bin ich mir nicht sicher was ich da als nächstes nehmen soll aber egal da ist ja auch noch einer das war doppelwirbel ja weiß auch nicht wir sollten uns da besser auf was anderes konzentrieren schießkunst habe ich ausgelassen die leichte rüstung auch schleichen geht schloss knacken taschendiebstahl die redekunst wir haben ja das in richtung gesehen wie das funktioniert und ich habe da einfach redekunst gelevelt bis mir die zunge im hals stecken blieb alchemie illusion gar nichts beschwörung da kommt es jetzt ja beschwörung haben wir gelevelt und warum ich kann euch das gleich einmal zeigen ich wollte das unbedingt haben habe mich mal hingesetzt und das alles durchgelesen und du kannst zwei atronache oder wiederbelebte zombies beherrschen ja ich wollte unbedingt diese zwei atronache haben ich habe so eine freude mit unseren atronachen feueratronachen ja und jetzt sind sie auch um 50 prozent stärker und haben die doppelte lebensdauer ja was waren da noch da habe ich jetzt übersehen große entfernung haben wir auch eins genommen dass wir sie in weitere entfernung noch beschwören können und das beschwörung ist 100 das haben wir so gemacht indem wir da zum wachturm gegangen sind und einfach mit untoten beschwörung ja oder haben mit der seelenfalle haben wir da einfach die die riesen da dauernd behandelt und dann nach circa 20 minuten war es dann soweit also beschwörung 100 wir haben jetzt zwei atronachen und ich nenne die einfach liebevoll selma und louis ich werde sie euch glaube ich gleich einmal vorstellen okay und der schwindelt da oben herum louis ist ein bisschen widerspenstig hin und wieder aber ihr seht da ist sie ich muss sie nur richtig rufen komm her schatz komm mit und auch wenn man die waffen weg steckt bleiben die uns erhalten nämlich habe ich für zwei minuten louis komm runter okay dann bleibst halt da komm mit ihr seht sie ja soweit so gut das ist das resümee glaube ich der ersten fünf bis sieben prozent des ganzen spiels ja wir sind da extrem gelevelt und werden in nächster zukunft wirklich wirklich oft sterben und was ich euch noch zeigen wollte genau ja wir haben da ein buch gefunden und dann gleich das zweite dazu gekauft nämlich typisch einfach typisch schworen waffen waffen seht die kommen so cool die sehen nämlich auch so cool aus ja 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 seht sie vorsichtig ja macht auch extrem coole moves ja 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 und wir haben da jetzt noch auch die beschworene Streitax die zeige ich euch auch gleich mal und die ist nicht so lustig finde ich ja die macht das gleiche und ein mächtiger angriff ist einfach nur von oben nach unten ja aber wir werden mit diesen auch hin und wieder nämlich glaube ich öfters arbeiten weil da haben wir auch einen perk gesetzt die haben alle seelenfalle ja hahaha nun gut ich glaub leute das war's wieder für diesmal wir sind hier gerüstet und äh dann geht's auf nämlich die silberne hand zu verklopfen Leute ich hoffe ihr hattet ein wenig spaß und ja macht ein abo wenn nicht dann sagt sie nicht weiter unser Elfendal Tosita und äh wir haben da oben noch eine Besitzerin Schützen da drin die bleibt uns auch erhalten weil wir der Husk äh das ist unser Huskader und wir sind Irrtane ja hahaha finde ich ja cool ne Frau die auf uns wartet und wünsche euch jetzt noch einen wirklich schönen und guten Abend Ciao Leute Ciao Leute Untertitelung des ZDF, 2020